Hallo liebe Leute bei Twitter, Facebook und Instagram. Ich präsentiere euch per Video ein neues Kunstwerk von mir, genannt Chaos Red Light. Wie man sieht hat es wieder einmal 8 Lichtfunktionen, die ich euch gerne durchzeigen möchte. Rotes LED ist eingearbeitet in das Kunstwerk. Materialien sind drinnen in jeglicher Art und Form. Etwas crazy gehalten, bunt, schrill und am Abend eine tolle Wirkung in jeden modernen Wohnraum. Natürlich würde ich mich wie immer über ein Like von euch freuen, aber eure Meinung und auch die Kritik eurer Ansicht über meine Kunst ist mir sehr wichtig. Also zögert nicht und schreibt mir einfach. Ich freue mich über jedes Statement. Ich hoffe es gefällt euch. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Und alles Liebe, eure Glitzerkatze. Wir sehen uns in